ich bin mir also nicht auf dem wo ihr wart sondern da wo der heli hier ist schrott munition ok da oben ist er ich sehe mich hier mal auf dem kopf ziehlen vor mir ein truck vor mir ein truck ausgestiegen ist der holz ist was wanted der ist ein bus der geil ich habe extra gewartet raus hier ist eine tasche Und ne Gasmaske Ach, ich kann das nicht anpingen Kann man auch noch Schüsse Ich überd mir die Gasmaske Ja, wir müssen weiter Junge, wie viel Cash wir haben Leute, Gabe, Bro Wir könnten es aber alle mal self holen Am nächsten Shot Verbündeter Clusterschlag näher Dronen Ah, Quad Oh ne, ich seh den zu spät Wenn der Cluster auf den Quad war oder so Wieso sagst du nix? Ne, der war einfach nur random Weil von da Snipes kam War links, immer noch, blauer Ping Von Pad hängt Oben, der spielt ab Das ist ein ganzes Team Wir müssen so über den Kanal Wirklich schnell crossen bevor wir schießen Und zu spät Pfff Du sprichst das aus Pfff Hier vorne hat er gekauft, vorne landet noch einer Die können wir abfangen Ja, wir werden noch abgefangen Wenn wir jetzt da hin Guck mal, das geht bis hin fast in der Zone Da wird noch einer gekauft Ach, das zum Kotzen alter Da hinten, markiert Hier im Haus drinnen Hier drinnen, irgendwo Wo war der denn dicker? Auf dem Dach oder was? Ach man, den hab ich überhaupt nicht gesehen Wo war der Baby? Ja, da war der im Haus Da war der im Haus, was der Screamy gepinkt hat Wie stimmt denn, ja? Ach Schade doch Ich könnte nicht, ich könnte nicht finishen Weil ich gerade nachladen musste Alles gut Habe ich den Kay wenigstens bekommen? Habe ich den Kay wenigstens bekommen? Ja, wow, cool Ja, du Hund hast den bekommen Ja, du Hund hast den bekommen Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Den brauchst du hier nix erzählen Den hast du denn? Den hast du denn? Du bist der Killripper hoch 3, Rashodigi Ja, dieses Jungs ist ein paar ein Witz Du bist der Lootclawer, alter Lootclawer? Du bist der Lootclawer Du bist der Lootclawer Du bist der Lootclawer Ey, komm mal, wenn ich's lockierst du auch Immer mit der Ruhe Wenn ein Ausländer einen Witz reißt Muss man zwei mal überlegen, ob das ernst gemeint ist oder nicht Ja, alles gut Ich hab nur gejoked War's das neben Rund? Oh, Mann Das sei dir verziehen Soll ich den Lootclawern, David? Seitdem David streamt, sagt er gar nicht mehr deine Motoren Ey, 31 Meter Stopp vor uns 31 Meter am Shop Einping, yo, ich gehe rechts so lang Ah, fuck Wo steht schon, shit Da kommt noch einer Zweiter noch Einer raus Zweier noch Zweier noch Zweier noch Zweier noch Zweier noch Der Operator Shitwreck Lassen Raus Stark Stark Lodi, mich holen bitte Danke Da hinten landet noch einer Beim Roten Haus Marki, ihre Wegpunkt Holt einer David oder so? Ich hab Lodi geholt Ich hab schon Ich hab schon Ich hab schon Ich hau Drohne raus Ich hau Drohne raus Ich hau Drohne raus Ich hab self geholfen Ich hab self geholfen Drohne Drohne ist Ihr König ist Kapits, wenn du willst, kann ich ihm was abgeben, ne Karo oder so. Nein, alles gut, ich will mal Oberfill, fuck off. Ey, was für Oberfill? Der ist doch geklappt. Da mach ich schon so'n Angebot. Hast du Cash? Ich kauf noch ne Drohne. Da sind welche. Komm weiter, komm weiter. Ey, Jungs, ich brauch noch 400, Jungs, 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 Jungs. Falls jemand will, dann liegt ne Karo. Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal hier. Na, fuck hier. Nein, jetzt hat der Scheiß Waffe aufgehoben, alle. Ich geh mal ne Faro wieder. Nein, kriegst du nicht mehr. Jungs, die Jungs, da gehen welche Crossy über. Los, save it, gib Gas, die Zone. Warte, 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 warte. Kapits, Platten für dich. Hier, warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Ich lauf, warte. Und ich lauf zurück, Kapits und die Platten nicht mit. Weg rummarkiert. Wo lachen da Platten, Alter, ihr reden auch. Du hast das Auto nehmen, wo du das Auto nehmen? Die haben sich doch markiert, die Platten und so gesagt, äh, Platten, äh, Kapits, Platten für dich. Und ich hab die sogar markiert. Das waren fünf Stück. Hast du dir jetzt weg? Nein, ich hab die wieder mitgenommen. Hier, warte, ich geb dir noch schnell. Hier. Ach, kommt, Jungs. Da lande, da. Blau lande, deiner gerade. Blau sind drei oder vier. Hier. Hier. Hier mal lieber nebter, oder? Oh, shit, ja. Warte mal raussteigen. Na, hier vor uns, oder? Hier? Ja, 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 ja. Der hat jetzt auch einen Schuss gereicht und alle fuel. Ich wäre da jetzt gerade ausgestiegen und hätte es nicht sogar gepuscht. Die crossen, Jungs, die crossen. Weg rummarkiert. Alle raus. Ich hab noch eine Drohne da, aber die ist raus. Shitwreck. So leist mein Shadewreck. Hey, Jungs, mein Mapnet nicht. Komm raus, grünen Gegner. Äh, ja, war ich. King Truck. Wo die abfallen? Los, lass uns ins Shop raus. Die sind schon hier. Gehen wir weiter raus. Da vorne ist auch einer. Der ist low da vorne auf orange. Da hat mich. Eine lockt, eine raus. Hinter uns. Side down, beide. Habe ich eine antippen? Habe ich eine antippen? Ich bin unterwegs zurück, unterwegs zurück. Hab dich. Kann man mit Hardbeater auf den orange nehmen Ping machen? Ja, der ist. Rechts hier oben. Oben ist der nach. Der ist von der Panzersche. Der ist von der Panzersche. Wer ist von der Panzersche? Richtig, und grünen wir die Gegner. Die schrank hier wird. Warum sind immer auf dem.. Hinter Sido Es gibt hier noch was zu töten Da ist noch einer bei drei Und der Captain Zwei Leute der Captain da direkt zu nah am Sido Drei Leute direkt am Sido Fuck Die müssen jetzt da raus Was ist noch zu tun? Wo kommt der her? Ich hab keine Ahnung wo der Schuss ist Der kommt der kommt der kommt Shipwreck Es ist einfach schlecht man Hinter Rage Shipwreck Z2 Radarsuche Z2 Einer noch Leider down Leider bluten die können ich Und einer Zell Ja einer Zell Ja einer Zell Hinter mir hinter mir hinter mir Hier irgendwo Zurück an die Arbeit Hast du denn? Nein Der ist in der Zone gestorben Wasser Lass sie ins Haus Ein zweiter oder so Vielleicht irgendwo rum kann Digga ich hab nur eine Platte Ja hier oder? Ich wollte mal da hin Hast du Platten über? Ne ne? Ja doch Kann dir geben im Haus Junge Aber schöne Runde bisher muss ich sagen Ja Ja Ich hab' da hin Ich hab' da hin Das hier Das sag' ich jetzt noch nicht Das sag' ich erst Wenn er auf ein kill passiert Ja da müssen wir noch minimal aus dem Haus dann raus Ja Ich hab' da hin Runde Soll ich lieber gleich hinten das eine Haus Ist blau Ach ne Vertrauscht Okay Hier ist noch zwei Ah nein Ich hab' da hinten drin Markierung der Zielposition Bei blau ist einer das? Ja also vielleicht ein ganzes team sogar dann wollen wir hinter das hier haben wir vielleicht die silo ist noch ein bisschen als schutz ich glaube du zuerst ja jetzt hätte ich ja genau deswegen alles ich habe nur noch zwei magazine Ah, was habe ich denn hier, Rashcom? Ah, ne Munitionsbord, weißt du, ich dachte den Panzerplan Sieben, schon wieder zwölf Kills, ganz stark, Rudi Geiler Waffenskin, Alter, guck mal wie deine Waffe leuchtet Wir gehen da an die Zilos, wir gehen immer raus an das Feld Mit zwölf Kills leuchtet die wie Lava, Alter, krank Welche ist das? Ähm, Farah Ah, die, äh, welche Farah, welcher Bauplan? Muss ich dann nochmal gucken, warte, Geiler Ach, der Battle Pass Bauplan von letzter Season Schiffeboot, Callout Der war da drüben, wie immer noch im gleichen Haus Er hat mich gesehen Ey, bleibt doch einfach Wir müssen in die Rechte anziehen Im Haus Direkt bei restlichen Gegnern im Haus, wo ihr gerade rausgegangen seid Ey, komm nach rüber Ich bin jetzt an dem Silo Ah, restliche Pisser Der war hinten Der war hinten Sein Letzten Team, ein Gegner Der ist hier Der ist hier, der ist low Der ist low Der ist low oder so Der ist nicht low Der ist nicht low Ab ihn, ab ihn, ab ihn, ab ihn Ja, der ist nicht low 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 Ich hab mich eigentlich getroffen mit der scheiß Sniper Junge, ich drei Schüsse drängst Ab Ja, und Reshot, der lädt gerade erst auf seine Sturmgewehr nach Geht zum Sniper, wo er den Ping bekommt Geht direkt ins der Open Health Bummt Alle Sniper, die mich nicht connectet Hey, aber geile Nachricht Kaffez, ich glaub... Die Wenzel für dich sogar auch Also, könnt ihr euch vorstellen Also, für mich ist das ein neuer Team-Rekord im 4er Definitiv Das kommen wir aus wie viele Kills insgesamt haben, also 29 oder 30, mein vorheriger war 27. 30 Kills, ein neuer Rekord, es wird geplippt auf jeden Fall das Ganze. Das braucht erstmal eine Kippe. Mach mal mal einen Kupfen break. Also ich fühle mich die besten KDs zusammengespielt, eine 30er Bomb, eine 4er finde ich nicht schlecht. Finde ich auch recht gut eigentlich, auch wenn sie 7.3. davon gemacht hat. Erstmal Philipp schicken. Ja, 13, 18, 27, 31. Sehr gut, sehr gut Jungs, sehr gut, sehr gut. 31, passt. Aber schadenmäßig, klar, Kappe zwar nur 4 Kills, aber 1.800 Schaden oder 1.400 Schaden entspricht trotzdem mehr als 4 Kills. Alles Gute, ich bin fertig. Das war auch geil, weil du da immer wieder lagst und dann habe ich die Guard geholt, die du schon richtig Schaden gegeben hast. Naja. Ich hatte auch keine Bracken dran im Haus. Ein Schuss weg. Aufgestanden. Tip break, ein Schuss weg. Geil geschafft, geiles Spiel auf jeden Fall. Ja, gleich noch so ein Spiel, oder? Ja, machen wir mal eine kurze Raucherpause? Ja. Geh ich noch kurz schiffen. Bis gleich. Ja genau, 30 sogar, stabil. Ne, 31 waren das. 13, 5, 8, 4. Aber jetzt sehe ich Punkteübersicht nicht mehr. 18, 6, 4, 30. Ja, ich sehe Punkteübersicht schon, aber... Ich habe gerade 31 gerechnet. Da steht, ich war Amerix Team, der mit 5 Kills Nanuel Priode. Naja, ich sehe bei mir gar keine Punkteübersicht gerade. Weißt du. Ich weiß, was du meinst. Mal stehen da, ähm, gehe ich auch immer davon aus, weil das kommt eigentlich hin mit den eigenen und so. Aber auch ganz andere, Randy Namen oder so ein Scheiß. Aber mal ist da auch gar nichts, gar kein Name oder so. Hat uns jemand wenigstens zugeschaut jetzt bei dem Sieg? Kurze Frage auf Max Limmel gespielt. Perfekt. Jetzt gerade haben wir vier Zuschauer. Naja, wahrscheinlich ihr. Also davor beim Sieg, ähm, hatten wir zwei gehabt. Ob wir jetzt noch Zuschauer dazu bekommen haben, danach weiß ich nicht. Jetzt sind wieder zwei Zuschauer. Schade, schade, schade. Eigentlich. Naja. Oh, ich habe gar keinen Schalldämpfer. Na? Lol. Ich guck mal, ob ich das die letzten 15 Minuten sehe.